So, jetzt kann ich euch verkünden, dass wir hier hinten im Lager- und Küchenbereich auch schon den Estrich reinbekommen haben. Also auch schon wieder ein Stückchen weiter sind hier auf der Baustelle. Wenn der Estrich jetzt eine Zeit lang getrocknet ist, dann kann er angefangen werden zu fließen. So sieht das im Moment aus. Wir sind jetzt endlich, wie man hier sieht, auf gleicher Höhe mit dem Ausstellungsraum. Also kein Gestolper mehr und durchgefummelt, sondern man kann auf dem anständigen Boden laufen. Der Wolfgang ist auch wieder da. Der hat gedacht, er ist fertig mit unserer Baustelle. Aber jetzt haben wir ihn doch nochmal dran gepfiffen. Der mauert gerade wieder die Lüftungsrohre ein. Das muss ja von der Gastraumseite auch schick aussehen. Somit haben wir uns da wieder einen Fachmann rangeholt, der das macht. Da hat er noch ein paar Löcher. Hier auch im Gastraum. Das war's. Das war's.